Es ist da, 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 es ist da. Was ist da? Es ist da! Ja, was? 3000 Bücher von der Lust, eine Frau zu sein. Nicht von der Last, eine Frau zu sein. A durch, U, von der Lust, eine Frau zu sein. Vielleicht auch von der List, eine Frau zu sein. Und Martina, das ist dein Exemplar. Gestern gekommen. Hey! Zwei Riesenpaletten stehen jetzt bei mir in der Garage. Dankeschön, erzählen wir doch mal was daraus. Dieses Buch umfasst 156 Seiten. Es ist also sehr handlich, damit man es auch im Bett lesen kann. Es hat, wir fangen mal von hinten an, es hat hinten drei leere Seiten, damit man ganz viele Notizen machen kann. Aber das Wichtige ist, der erste Teil, die ersten 64 Seiten, bestehen aus Schminkanleitungen. Was, wie, wo? Weil es gibt ja auch viele Frauen, so Omas, Tanten, die mit dem Internet gar nicht klarkommen. Und da haben wir nochmal alles zusammengefasst, was wichtig ist für die Frau ab 40, die vielleicht das ein oder andere Problemchen hat. Die ganz exakte Schminkanleitung mit Fotos mit meiner Anita, die ja schon 68 ist. Wahnsinn, ne? Gucken wir mal rein, wie Anita aussieht. Moment, da muss ich noch die Brille für. Und dann ab Seite 65 wird es spannend. Wie, erst ab Seite 45 wird es spannend? Nein, 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 also davor wird es natürlich auch schon spannend, das ist ja die Schminkanleitung. Aber ab Seite 65, da gibt es das, was es im Internet bei YouTube nicht geben wird. Weil das ist mein Wort zum Sonntag, an alle Frauen, die sich unwohl fühlen in ihrem Körper. Und da geht es so ans Eingemachte, ne? Ich fühle mich wie eine dicke Glibberqualle und er sagt, du bist mein Gesamtkunstwerk. Da gibt es eine ganze Menge zu hören, was Frauen für sich selber ein bisschen falsch machen. Weil wir sind doch die Prinzessin und wir rütteln jeden Tag an dem Thron, indem wir sagen, ach, guck mal, hier habe ich eine neue Delle am Po und dieses und jenes. Und da räume ich ganz tüchtig auf, von der Lust, eine Frau zu sein, hat viele, viele kleine Aspekte drin. Auch Anerkennung, Abhängigkeit, let's talk about sex, baby, alles Mögliche. Mein Körper ein hässliches Monster, Neid, Misswunst, Frust, schütze dich, Zufriedenheit, Erotik-Sinnlichkeit oder Porno, Dirty Talking, alles Mögliche. Ich lese mir gerade was vor. Ach, irgendwas. Ganz wild. Warte mal, ich geh mal hier irgendwo mit rein. Ich werde. Ich habe auf einer Kommode einen Stein liegen, auf dem steht, ich werde. Die meisten Menschen würden eher, ich möchte, schreiben. Ich möchte ist eine Bitte. Wenn wir dem großen Bestimmer unseres Lebens, Klammer auf, die einen nennen es Gott, die anderen das Universum, Klammer zu, eine Bitte äußern, zeigen wir, dass wir Mangel haben. Wer an Mangel denkt, wird Mangel haben und noch mehr davon bekommen. Das wollen wir ja nicht. Von der Lust, eine Frau zu sein. Tja, Martina, ich bin mal gespannt, wie du es gelesen hast. Bei Martina kennt zwar den ersten Teil, wie wir uns schminken, das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber von dem zweiten Teil habe ich ihr noch nichts erzählt. Dann bin ich mal gespannt, was sie mir dann in einer Woche erzählen wird. Dann hast du es durch, oder? Bestimmt, ja. Und euch viel Spaß beim Lesen. Ja, es ist da. Es ist da, es ist da, es ist da. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020